Berlin Friedrichshain, Wohnung in der Vollsanierung, große Dielenbereich, zwei Zimmer. Jetzt sind wir gleich hier vorne, ist die große Wohnküche mit Blick auf den Balkon. Wie gesagt, Wohnung in der Vollsanierung. Wir haben hier, wie gesagt, großer Dielenbereich, da sieht man, alles rausgerissen, alles neu, alles so, dass es für den neuen Mieter richtig schön wird. Jetzt haben wir hier das große Wohnzimmer, westseitig. Sieht, die Handwerker sind voll am machen. Hier ist ab, so, bestimmt später, aber schöner Sonnenbereich. Wir sind heute leider im Winter. Etwas zu früh hier haben wir jetzt den großen Balkon. Blick zur Sonne, aber wie gesagt, Winter etwas zu früh hier. Da vorne ist die Frankfurter Allee. Jetzt kommt die Sonne gerade im Winter erst rum. Sieht etwas viel, viel zu früh oder zu spät, wie auch immer. Weil wenn, Winter geht es halt sehr schnell auch runter. Hier, Handwerker sind sehr gut bei Bezugstermien, würde ich mal sagen, müsste zum ersten, zweiten oder 15. zweiten zu schaffen sein. Jetzt haben wir hier das zweite Zimmer. Sieht man auch, die Handwerker, auch Laminat, schön abgedeckt. Jetzt zum Innenhof, absolute Ruhe. Hier hören Sie gar nichts nach hinten raus. Super Ruhe, Innenhof. Normalerweise grün im Winter, natürlich leider kein Blatt da. Aber, wie gesagt, Bezug zum ersten, zweiten, 15. zweiten müsste machbar sein. Jetzt haben wir noch mal den großen Dielenbereich für die Garderobe. Hier neue Elektrik schon drin. Jetzt haben wir hier ein großes Wannenbad mit Handtuchreizkörper. Da ist die neue Bereich für die Toilette. Alles neu entklemmt, aber auch schon da. Alles neu, komplett. Da kommt der Wanne, Anschluss, Waschmaschine. Sind die gesagt gut bei. Hoffen, dass sie dann gleich schnellstmöglich für die Mieter fertig sind. Und dann sind wir schon wieder am Treppenhaus. Euch einen schönen Nachmittag.